Perl TV Bestseller Kameras Und das sind Überwachungskameras Die der Ralf uns gleich zeigt Das erste Modell ist eine wunderbare süße Kleine Überwachungskamera für zu Hause Genau, für Indoor Und wir werden wirklich alle Bereiche hier abdecken Aber wichtig ist, dass wir uns sicher fühlen Werden Sie nicht auch gern mal so ein Mäuschen Wenn Sie nicht zu Hause sind Hier ist Ihr Mäuschen Und das ist eine Kamera, die so einfach zu installieren ist Aber so effektiv ist, wie man es vielleicht noch nie gesehen hat Es ist eine sogenannte Pan-Tilt-Kamera Mit Objekt-Tracking Hört sich jetzt kompliziert an Ist aber relativ einfach Pan übersetzt, von Englisch könnte man als Pfanne übersetzen Heißt in dem Fall aber schwenken Und Tilt heißt neigen Das heißt, diese Kamera Wenn ein Objekt kommt, erfasst es das Objekt Und fährt mit dem Objekt der Begierde Also im schlimmsten Fall mit einem Einbrecher Nimmt ihn auf und schickt das Bild auch direkt auf Ihr Smartphone Sie können das jederzeit überwachen Von überall Das ist also Perfektion pur Für natürlich auch Lagerräume Für alles Indoor Für Fahrradkeller Für Ihr Wohnzimmer Ihr Büro Oder auch Und das finde ich auch noch toll Als Babyphone Weil Babyphone kennt man eigentlich nur von der Sprache Die übertragen wird Wenn das Baby heult Stellen Sie das auf Ihr Baby ist auch bei Nachtbestens in Sicht Und wenn sich irgendwas tut An Bewegung reagiert die Kamera Und Sie sehen es auf Ihrem Handy Es gibt eine kostenlose App Und das gilt übrigens für all unsere Kameras Die ist immer kostenlos Die heißt Elysion Und wenn ich diese jetzt mal aufmache Ich zeige Ihnen hier so ein handelsübliches Handy Mit dem WLAN verbinden Hier ist die Elysion App Und dann erkennen wir auch gleich Und Sie sehen wir haben ja einige Produkte drin Die Kamera hier Die können Sie auch umbenennen Wie Sie wollen Bei uns steht jetzt die Artikelnummer Als Kamera So jetzt bin ich hier gerade Das sagt er mir nicht im Internet Also machen wir da einfach weiter Ich suche mir das richtige Internet Was ich brauche Das könnte bei Ihnen jetzt mal in einem Hotel So sein Ja Ich verbinde es mit dem Internet Hier im Studio Und dann habe ich den Live-Zugriff Auf die Kamera Auf bereits getätigte Aufnahmen Und kann dann noch viel, viel mehr machen So Internet ist verbunden Jetzt können wir das Ganze wieder gemeinsam machen Wir gehen auf die Kamera Und jetzt sehen wir eins Das ist ganz wichtig Gesicherte Verbindung wird aufgebaut Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können Das heißt, jetzt wird auch Vor Fremdzugriff auf die Kamera geschützt Die Privatsphäre, die ist geschützt Und wenn das Kamerabild dann da ist Es sich verbunden hat Dann haben Sie von überall auf der Welt Den Zugriff auf Ihr Zuhause Was immer Sie auch gerade anschauen wollen Und ich finde diese Technik Einmal so einfach Und so unglaublich komfortabel Und für jeden, auch für Sie Zuhause zu installieren Ganz einfach zu installieren Und Sie sparen hier richtig viel Geld Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung Von knapp 130 Euro Hier für 47, 49 für Sie Und wenn wir uns diese Kamera so anschauen Sieht es ja eigentlich aus Wie ein großes Ei Und sie erkennt Personen Und ist sogar mit Alexa steuerbar Habe ich gerade gelesen Also wenn man das hatte Aber das ist so eine Zusatzoption Ja, wenn Sie eine Sprachsteuerung haben Können Sie auch sagen Alexa oder auch Google Sprachassistent Und dann direkt Zugriff auf die Kamera nehmen Aber ansonsten finde ich das toll Dass man mit der App eben überall zugreifen kann Und dann auch mal groß ranzoomen Schwenken So wie man das möchte Ja Und das ist eben für mich das Herausragende Früher waren Videokameras Überwachungskameras Fast nicht zu installieren Heutzutage ist es unglaublich einfach Und ich möchte Ihnen die App Auch noch mal ein bisschen näher bringen Weil jetzt sehen wir Hier gerade das Kamerabild Unsere Scheinwerfer Aber ich glaube wir sehen schon Diese Full HD-Qualität Aber wichtig ist auch hier unten Sie können jetzt auf Ihr Handy Direkt aufnehmen Hier haben wir Sprechen Mache ich jetzt nicht an Weil ich zu nah dran bin Aber hier haben wir eine Zwei-Wege-Kommunikation Das heißt Wenn Sie hier vor der Kamera Etwas sehen Was Ihnen nicht gefällt Dann können Sie sogar kommunizieren Ja Hier haben wir weiter Fotos Können Sie schießen Und das hier ist auch ganz interessant Wenn Sie einfach mal Einen Schwenk machen wollen Sie sehen die Pfeilrichtung Sie können die Kamera ausrichten Nach oben, unten, nach links, rechts Auch das geht hier problemlos Und wenn Sie da mal genau hinschauen wollen Das möchte ich Ihnen auch noch zeigen Dann machen Sie das Ja Und Sie sehen Oh jetzt hat sie sich gerade hier Na komm zurück Ja Aber Sie können dann auch Die große Ansicht machen Und das ist wirklich hervorragend Für mich Optionen Die früher unbezahlbar waren Heute machen wir sie bezahlbar Ja Heute machen wir sie bezahlbar Für nur 47,49 Euro Haben Sie diese wunderbare Überwachungskamera direkt bei sich zu Hause Und ich finde das ja toll Dass man ansomen kann Wenn jetzt zum Beispiel jemand einbricht Kann man tatsächlich auch das Gesicht ansomen Richtig Und du kannst da wirklich gestochen scharf Auch später bei der Identifizierung Also ich hoffe niemals Dass bei Ihnen eingebrochen wird Ja Aber wenn es dann mal um Überwachungsbilder geht Hat man die gestochen scharf Bei Tag und bei Nacht Denn wir haben hier Sie sehen das auch mit dieser Nightwishen Die hier drin ist Also die entspiegelt auch Man erkennt die trotzdem deutlich Durch die Infrarot-LEDs Auch mit einer Sichtweite von 10 Metern Und da ist eigentlich der ganze Raum Also 10 Meter ist eine Riesenstrecke Indoor ist alles abgedeckt Heißt wenn wirklich mal was passiert Sie haben den Überblick Und können dann im schlimmsten Fall Gestochen scharfe Bilder An die Polizei weitergehen Einmal Das habe ich ja gesagt Haben wir die Option jederzeit Vom Handy drauf zu schauen Aber zum anderen Dann legen Sie einfach nur eine Micro-SD-Karte Direkt in die Kamera Nimmt die Kamera bei jeder Bewegung sofort auf Stoppt die Aufnahme Wenn natürlich keine Bewegung mehr stattfindet Und das ist für mich Technik Die mich vom ersten Moment an begeistert hat Und nochmal der Zusatz Das kann jeder installieren Es ist kinderleicht Kinderleicht ist es auch zu halten Muss ich sagen Es ist sehr leicht Handlich und klein Einfach überall anbringen Wo Sie das brauchen Für 47,49 Das ist wirklich ein gigantischer Preis Sie sparen hier richtig Geld Die Bestellnummer gebe ich Ihnen hierzu Das ist die MX4929 Und die 569 Da steht natürlich Ihre Überwachung zu Hause Gar nichts im Weg Da sieht man es auch nochmal wirklich Ich bin fasziniert Dass man vom Handy auch darauf zugreifen kann Nochmal die Bestellnummer für Sie Die MX4929 Und der 569 Für 47,49 Euro Haben Sie eine wunderbare Überwachungskamera Indoor Was ja auch wirklich super ist Aber wir haben ja auch noch die Möglichkeit Outdoor das Ganze zu überwachen Das ist derzeit unsere absolute beliebteste Outdoor-Kamera Die kommt in wenigen Tagen wieder Hier müssen Sie bitte vorbestellen Und warum ist die so beliebt? Weil Sie überhaupt nichts machen müssen Außer zwei Schrauben An den Ort Den Sie außen überwachen wollen Sie können das einmal mit diesem Stativ So können wir es nennen Was da jetzt befestigt ist Machen aber Die zweite Halterung Die gefällt mir noch besser Das ist eine Magnethalterung Und so sieht die aus Und die wird jetzt irgendwo befestigt Das ist das Einzige, was Sie tun müssen Und dann nehmen Sie die Kamera Und da halten wir jetzt gerade mal ganz nah dran Und Sie sehen hier diese Auswölbung Und Sie sehen auch gleich, was hier passiert Das ist ein starker Magnet Und jetzt kann ich die Kamera Egal in welchem Winkel Genau so ausrichten, wie ich es gerade brauche Und Sie sehen Kontrolllämpe Die Leuchte, die funktioniert gerade Aber, was Sie auch sehen Kein Kabel Und hier haben wir einen Hochleistungsakku drin Und das ist für mich die absolute Ausnahmesituation Ich muss also nicht mal mehr Strom legen Wo Sie wollen, setzen Sie die an Hochleistungsakku Da die Kamera nur belastet wird Wenn auch Bewegung stattfindet Hält der bis zu einem Jahr Und das ist der Wahnsinn Man sieht übrigens auf der App Auch immer den Akkuzustand Man sieht die Live-Bilder Man kann auf aufgenommene Bilder Weil auch hier kann ich eine Micro-SD-Karte reinlegen Zugreifen Und hat auch wieder diese Zwei-Wege-Kommunikation Und das ist etwas, was mich fasziniert An Outdoor Wir haben viele gute Überwachungssysteme Aber bei den meisten hat man das kleine, kleine Problem Ich muss an die Kamera irgendwo ein Stromkabel legen Wo bekomme ich jetzt das Stromkabel her? Hier brauchen Sie nicht drüber nachdenken Absolut kabellos Einmal im Jahr Oder wenn Sie es viel brauchen im Halbjahr Holen Sie es runter Und laden es wieder Und das ist auch noch eine schöne Option Ich möchte Ihnen hier mal das Live-Bild unserer Kamera zeigen Dass Sie auch sehen, wie toll das ist Und vor allem, wenn wir jetzt mal näher dran gehen Sehen wir hier unten den Füllstand Sehen Sie da? 100 Prozent Das ist der Akku-Füllstand hier unserer Kamera Und dementsprechend weiß ich dann nach einem Ich sage mal, wenn es viel ausgelöst wird Können Sie es mal neun Monate nur halten Aber im Normalfall zwölf Monate Und dann hat man immer die Möglichkeit Das einfach abzunehmen von der Magnethalterung Wieder ans Ladekabel Und dann hält es wieder das nächste Jahr Und auch hier möchte ich Ihnen das mal zeigen Ich versuche es mal groß zu machen Da haben wir es Und schauen Sie jetzt mal Die Qualität ist so herausragend Selbst bei unserem großen Bildschirm Dass ich jetzt aber noch Bis in den letzten Kabelschacht reinschalten kann Das ist jetzt einige Meter weg Und das geht eben nur Bei solchen hochauflösenden Kameras Und hier müssen Sie aber auch schnell sein Weil selbst die Lieferung Die jetzt in wenigen Tagen kommt Ist schon zum Großteil eben vorbestellt 50% ist schon vorbestellt Also wirklich schnell Zum 12.4. 50% Ja, richtig Weil die Nachfrage riesengroß Weil einfacher kann es nicht sein Und ich glaube, jeder von uns hat das Bedürfnis Draußen auch mal nach dem Rechten zu schauen Vor der Tür, auf der Terrasse Kellerabgang oder ähnliches Vielleicht haben Sie auch schon mal Schlechte Erfahrungen gemacht Es müssen nicht immer Einbrecher sein Kann auch sein, dass man einfach mal nur gucken will Welcher Hund hat mir jetzt schon wieder In den Vorgarten gemacht Das ist auch sowas Wenn du es hier in den Vorgarten ausrichtest Wirst du auch sowas mal identifizieren können Oder gab es für dich mal irgendeine Situation Um das Haus herum Wo du gesagt hast Da hätte ich doch gerne gewusst, wer das war Ja, also da war es wirklich tatsächlich so Da hat jemand in unserem Garten Ist da um die Fenster rumgekrochen Und hat versucht reinzuschauen Und genau dafür brauche ich nämlich so eine Kamera auch Weil das gibt Sicherheit Ja, es gibt so viele Situationen Das ist jetzt bei euch Damen vielleicht stimmt Also ich habe sie mal gebraucht Und das fand ich auch lustig Wir haben bei uns so ein offenes Häuschen Wo wir die gelben Säcke abstellen Also außerhalb der Wohnung Aber zugänglich so Und die waren mehrfach komplett zerrissen Und ich habe mich gefragt Wer zerreißt die Ich hatte die Katze in Verdacht Und dann haben wir so eine Kamera aufgehängt Die hat ja auch Infrarot-Nachtsicht Und wissen Sie, wer das war? Es waren Waschbären Ja, süße Tierchen Die wollte ich jetzt nicht vertreiben Aber seitdem sind meine gelben Säcke Eben in einem geschlossenen Raum Dass die Waschbären nicht mehr drankommen Aber solche Situationen Da sehen Sie Das waren die zwei Freunde Die haben sämtliche gelben Säcke zerrissen Und haben geschaut Ob sie noch mal was haben Da weiß man auch bei da mal Bescheid Oder ich sage dir noch ein Beispiel Wenn man es zur Terrasse hinten raus macht Viele haben zum Beispiel auch einen Sandkasten für die Enkel Oder für die Kinder Und dann ist da immer eine Katze aus der Nachbarschaft Die ihr Geschäft genau dort macht Die Mainz ist ihr Katzenklo Kannst du auch mal Du musst dich auf der Lauer legen Mit dieser Kamera identifizieren Natürlich der Hauptschutz Ganz, ganz klar Ihr Objekt, ihr Eigentum zu schützen Ob das jetzt auch Autos sind Oder wenn man es auf dem Parkplatz ausrichtet Ob das ihr Gebäude ist Das ist da ganz egal Aber wichtig hier Und das ist auch das Geheimnis des Erfolges Du brauchst nicht ein einziges Kabel Das ist genial Man hängt es auf Mit dieser Magnethalterung Der Untergrund ist egal Zwei Löcher bohren Oder wenn es Holz ist Als Untergrund sogar nur Schrauben Und fertig Und die Kamera ist installiert Ein ganz, ganz wichtiger Punkt Weil diese Installationen Sehr aufwendig sein können Hier für 75,99 Euro Können Sie vorbestellen Bis zu 50% sind schon vorbestellt worden Zu unserer nächsten Lieferung Am 12.04. Bitte schnell sein Wir kommen hier Von einer unverbindlichen Preisempfehlung Von knapp 170 Euro Also die Kamera ist wirklich super Ich bin auch ein Riesenfan davon Weil sie nicht nur modern ist Und ihren Zweck erfüllt Auch für ihre Sicherheit Sorgt, gerade bei Einbrüchen Ich gebe Ihnen mal die Bestellnummer NX 49, 59 und die 569 Ein absoluter Bestseller Bitte schnell sein Rufen Sie an Unter 0800, 51, 51 und 3 mal die 4 Und sichern Sie sich Ihr Objekt Wir sehen auch hier Wieder auf dem Bildschirm Schauen Sie mal Wie gestochen scharf die ist Ich habe sie jetzt also wieder Kabellos Aber ausgerichtet auf Hier Sarah Und da sehen Sie Wie toll diese Aufnahmen sind Bis bei Beleuchtung Aber bei Nacht Genauso gut Ja Also es ist phänomenal Oftmals ist auch der Schlüssel Zum Erfolg Abschreckung Ja Und jetzt haben wir eine Kamera Die ich persönlich Unglaublich begrüße Und Sie sehen Sie Hier Habe ich sie hingestellt Steht jetzt auf dem Kopf Ja So rum wird sie installiert Und zwar dort eigentlich Wo jetzt ihre Außenbeleuchtung ist Wenn man es am Hauseingang haben will Und jetzt sehen Sie Man hängt die hier Und sobald jemand In den Bewegungsbereich kommt Geht der Scheinwerfer oben an Mit 1400 Lumen Das ist wirklich helles Licht Das ist für mich Der Heimkommt Ein Riesenvorteil Es wird sofort hell Ja Und wenn ich was Gutes Im Schilde führe Begrüße ich Dieses Licht Aber gleichzeitig Und da schauen wir jetzt unten hin Ist diese Kamera Ja Und die beginnt zu filmen Beziehungsweise auch hier wieder An ihr Handy zu übertragen Also Sieht aus wie in den Filmen Also ich bin fasziniert Eine Lampe mit integrierter Kamera Outdoor Ja Man könnte die eigentlich Für unbezahlbar erachten Ja Weil das wirklich so Hightech ist Aber schauen wir auf unseren Preis 94,99 Euro Sie haben dann die Möglichkeit hier Jederzeit auch So wie ich Ihnen das vorhin gezeigt habe Auch mal rund umzuschauen Ansonsten haben wir auch hier Ein sogenanntes Objekt Tracking Das heißt Wenn jetzt jemand kommt Folgt die Kamera Und jetzt nochmal Abschreckung Wenn jemand was Gutes Im Schilde führt Und dich besucht In der Nacht Da wird er das Licht sehen Vielleicht die Kamera entdecken Und wird dann reinwinken Und freundlich sein So Einer der was Böses Im Schilde führt Beim Licht erschrickt er schon Dann sieht er die Kamera Und dann sucht er ganz ganz schnell Das Weite Also hier ist schon mal im ersten Moment Abschreckung Damit es gar nicht erst zum Einbruch kommt Das kann man natürlich auch Garagen Lagerräume Dort wo man nicht permanent ist Kann man das auch anbringen Da ist diese Abschreckungswirkung auch toll Und wenn du das mal anschaut Gebürsteter Edelstahl Sieht toll aus Ist auch wieder einfach zu installieren Ich habe vorhin gesagt Das kommt dorthin Wo eigentlich ihre Außenbeleuchtung ist Und die ist Die Lampe hat genauso einen Anschluss Dort machen sie es fest An den Strom Und dann sind sie schon fertig Mit der Installation Licht brauchen wir sowieso immer Und dann geht es auch noch automatisch an Sie müssen den Lichtschalter nicht mehr suchen Und dann haben sie hier Diese wirklich tolle Drehbare Kamera Die wirklich keinen Besucher Ob gewünscht oder unerwünscht Eben filmt Hier kann man auch noch Eine Micro SD Karte einlegen Man kann sich das also Auch direkt abspeichern lassen Im Gerät Hat aber zusätzlich noch Die Benachrichtigung Und die Möglichkeit Also die Benachrichtigung Auf dem Handy Auf dem Smartphone Auf dem Tablet Und die Möglichkeit Jederzeit auf bereits getätigte Aufnahmen In dieser Kamera zuzugreifen Wirklich faszinierend Was diese Lampe Mit integrierter Überwachungskamera Alles kann Und das Ganze Für einen so kleinen Preis Wir sprechen hier von 94,99 Euro Und die unverbindliche Preisempfehlung Liegt hier bei knapp 150 Euro Hier bitte auch schnell sein Weil das sind wirklich absolute Bestseller Und ob es jetzt nur zum Abschrecken gilt Oder sie einfach auch benachrichtigt Sie erfüllt wirklich ihren Zweck Die Bestellnummer ist die NX 4904 Und die 569 Sie haben jetzt zwei Stunden Zeit Um diesen TV-Sonderpreis zu nutzen Und da kann ich Ihnen wirklich nur sagen Schneller ans Telefon Und sichern Sie sich Ich sehe hier wirklich auch die Qualität In deiner Hand, Ralf Ja, das ist hochwertigste Qualität Also Edelstahl hier Wirklich tolle Qualität Und wenn man mal geguckt hat Nach Außenlampen Denken wir uns das mal weg Ja, so eine hochwertige Lampe Mit Bewegungssensor Die kosten schon 70, 80, manchmal über 100 Euro Hier geht es aber noch nicht Ende Unter dem Bewegungssensor Wir haben diese HD-Kamera noch Die bei Tag als auch bei Nacht Für ihre Sicherheit sorgt Weil bei Nacht Bewegungssensor 1400 Lumen Das ist eine unglaubliche Helligkeit Auch über weite Streuung Ja, und sobald hier jemand In diesen Lichtkegel kommt Wird er erschrecken Wenn er was Böses im Schilde führt Also ich finde das hier toll Wenn man gar nicht erst will Ich meine, das will ja keiner Aber wenn man gar nicht erst darauf aus ist Den Einbrecher eigentlich zu schnappen Wenn er eingebrochen hat Was natürlich dann toll wäre Hier kannst du also wirklich aktiv Einbrüche verhindern Und das gibt einem selber Wieder einen unglaublichen Sicherheitsfaktor Weil man weiß Nochmal, wenn jemand Böses im Schilde führt Hat er immer Angst vor Entdeckung Das ist das Schlimmste Da geht Licht an Oh, schnell weg Und das ist hier nochmal gepaart mit der Kamera Und die jetzt keine Kamera-Attrappe ist Sondern eine echte Kamera Und somit ist hier für mich Die hundertprozentige Abschreckung Wenn dann wirklich mal einer So doof ist und alles ignoriert Das Licht ignoriert Die Kamera installiert Dann hast du gestochen scharfe Aufnahmen Und kannst diese dann bei der Polizei vorlegen Die hast du einmal per Benachrichtigung auf dem Smartphone Und natürlich im Speicher In der Micro-SD-Karte In dieser Kamera Und auch hier nochmal herausragend zu erwähnen Ich brauche keinen Techniker Ich brauche keinen Elektriker Ich brauche die zwei Kabel Die kriegt jeder angeschlossen Und alles andere ist selbsterklärend Und auch die App, die wir hier sehen Ist wieder kostenlos Die laden Sie einmal im Play Store Kostenlos runter Das geht bei Apple Das geht genauso bei allen Android-betriebenen Geräten Also Sie sehen überhaupt keine technischen Mängel mehr Ich sage jetzt mal Du brauchst fürs Installieren Dass es schön aussieht Vielleicht eine Viertelstunde Und dann hast du allzeit Ruhe Und du fühlst dich sicher Du fühlst dich sicher Es ist ja auch schon allein praktisch Dass es per Bewegungshelder überhaupt das Licht angeht Dafür ist das ja schon top Aber dass man hier noch die Kamera hat Und wirklich jederzeit darauf zugreifen kann Nicht nur abschreckend Auch für einen selber ein super Gefühl Das Ganze für 94,99 Euro Da bitte schnell sein Die Bestellnummer NX4904 und die 569 Und ich muss sagen Ich werde nachher mal daheim anrufen Und werde mir die bestellen lassen Das ist wirklich toll für meinen Gartenbereich Und jetzt habe ich vorhin nur wirklich Hauseingang genannt Aber du kannst das natürlich auch zur Terrasse nach hinten Oder zum Kellereingang Ja, da sind überall Lampen montiert Jetzt nimmst du die Lampe ab Montierst diese Lampe Und dann hast du eben dieses sichere Gefühl Also für mich perfekt in Optik und in Technik Und auch für Sie Kinderleicht zu installieren Kinderleicht zu installieren Rufen Sie an unter 0800 51 51 Und dreimal die zwei Sichern Sie sich unsere Bestseller-Kameras Sie können hier mit Sicherheit immer darauf zugreifen Fühlen sich dadurch besser Und ja, ich finde das sind wunderbare Produkte Nur hier ganz wichtig schnell sein Und dann haben Sie sich Ihre Kameras gesichert Die Bestellnummer für das letzte ist nochmal Die NX 4904 und die 569 Bleiben Sie uns sicher Und hiermit haben Sie auf jeden Fall richtig ausgerüstet Und ja, seien Sie schnell Und genießen Sie Ihre Bilder Wo Sie anzoomen können Und so viel Technik auf Ihrem Mobiltelefon haben Bis dann Und dann Und dann Hier